An Pfizer als Arbeitgeber schätze ich besonders, dass ich gerade in den Themengebieten E-Health und Innovation am Puls der Zeit bin, weil ich in viele spannende Projekte eintauchen kann und auch viele Konferenzen besuchen darf. Mein Name ist Tamara und ich mache ein Preni-Programm im Multi-Channel-Marketing bei Pfizer. Ich bin Miriam, ich bin Pharmaziepraktikantin bei Pfizer in der Onkologieabteilung und in der Arzneimittelsicherheit. Ich habe mich für ein Praktikum bei Pfizer entschieden, weil Pfizer ein forschendes Pharmaunternehmen ist, in dem unter anderem die Krebstherapie einen hohen Stellenwert hat und weil das Praktikum mir die Möglichkeit gibt, mich breit zu orientieren. Nach meinem Masterabschluss habe ich mich direkt auf das Trainee-Programm beworben. Es dauert insgesamt zwei Jahre und innerhalb von drei bis sechs Monaten wechsle ich dann meist den Bereich. Und lerne auch so ganz viele verschiedene Facetten im Marketing kennen. Die Betreuung bei Pfizer besteht zum einen aus einer ganz persönlichen Betreuung durch den Vorgesetzten. Man bespricht hier die Aufgaben, die man hat und die Ziele, die man zusammen erreichen möchte. Und zum anderen gibt es bei Pfizer noch die Praktikantenschulung, in der Kollegen aus unterschiedlichen Abteilungen kommen und die unterschiedlichsten Berufsfelder vorstellen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020